Kein menschliches Wesen kann sich gegen seine genetische Disposition wehren und gegen die Einflüsse, die von außen laufen sind. Möglicherweise beschleunigt Chase eine genetische Notation. Dazu kamen die schwierigen familiären Verhältnisse, die drohen und die negativen Erfahrungen mit Beziehungen. Vermutlich wurde Richard Chase als Name gemogen. Die äußeren Autoren diesbezüglich auf den Eindrücken des Spiele zu beurteilen. Leid, Spiele zu. 1980 begegnet Richard Trenton Chase in seiner Zelle in der Hauptanstalt seit 19 Jahren. Sehr schön. Die Folgen der Sendung ist für Zuschauer untersucht. Die Sendung ist für funk, 2017.